So, jetzt sag mal Bescheid, jetzt sag mal Bescheid, was du gemacht hast. Was hab ich gar... ich hab den falschen Ring genommen. Als ich Madame doch glatt dafür entschlossen, bei den Nordamerikanern umzuhängen, dadurch konnte ich sie nicht finden. Natürlich ist alles ihre Schuld, weil Frauen und Technik, ist klar. Das hat ja gar nichts mit der Technik zu tun. Auf jeden Fall hat es nur eine Stunde gedauert, jetzt haben wir es jedenfalls geschafft. Sie muss allerdings das Tutorial nochmal machen, weil sie ja sich erstmal einen neuen Charakter erstellen musste, auf dem Euroserver hier. Ja, du kannst nur in der Zeit was von einem Spiel erzählen, ne? Ja, ich hasse dich dafür übrigens. Das klären wir dann noch später. Ach so. Ja. Ganz im Ernst, ich dachte, ich werde bekloppt hier. Ich dachte, kann doch nicht sein, dass man diesen Charakter nicht findet, ne? Und legt mir irgendwelche alten Buckery Ports von 2014 durch, weil es hilft nix, ne? Das kann doch nicht sein, ne? Dann sieht man, was ein bisschen blöd findet. Irgendwie kann man diese Dinger hier nicht verschieben. Doch, ah, das kann man verschieben, okay. Welche Dinger? Ach, hier dieses Gruppensymbol zum Beispiel. Was ich auch blöd finde, das kann man, glaube ich, auch nicht verschieben. Hier kannst du das verschieben, guck mal. Das stört mich jetzt gerade. Äh, naja, da habe ich, neben aktueller Gruppe, ist ja dieses Stück frei, diese Ecke, ne? Mhm. Da klickst du rauf und hältst das fest und ziehst das hin, wo du es haben willst. Ah. Ja. Das Einzige, was mich aber so noch stört, ist dieses Charakter-Dings hier, äh, so in der Mitte, hier, ne? Weißt du? Geht die bestimmt auch so, ne? Ne, das geht leider nicht. Da verschiebst du ja nur die Kamera. Aber, ich weiß nicht, ich werde mich irgendwann mal später damit beschäftigen, vielleicht kann man das irgendwo einstellen, dass es wohl anders angezeigt wurde, oder so, ne? Mhm. Ja, und ansonsten, wie finden wir das Spiel bisher? Gib mal, was sie gibt. Ja, nicht schlecht, man muss sich dann nur, äh, ja, muss man alles durchsuchen und nachschauen. Es ist ja nicht einfach, ganz ehrlich. Also es ist schon ein bisschen kompliziert. Oder es ist für mich kompliziert. Sie wissen nicht, wie es sind. Also es ist eher... Es ist nicht übersichtlich so. Ich habe gerade mal aus Langerweiler. Äh, äh... Ach, du. Gut, schon, wir... Neu-Küste. Pff. Ne, ähm... Ja, ich finde es auch relativ unterhaltsam. Die Frage ist natürlich, weil ich habe es schon gesehen, es... Also es war mal ziemlich angesagt, als es erschienen ist. 2014 und dann 2015 ist das irgendwie alles wieder eingebrochen und jetzt soll es wohl nicht mehr allzu viele Spieler geben. Mhm. Ne? Mhm. So habe ich das jetzt gelesen und das habe ich auch schon, bevor ich das Spiel... Ich weiß nicht, wie ich auf dieses Spiel gekommen bin. Kann ich dir gar nicht mehr genau sagen. Wahrscheinlich auf irgendeiner Seite und dann habe ich das gesehen und dachte mir auch, das könnte ja witzig sein, ne? Mhm. So, und habe damals schon gesehen, dass die Spielerschar eingebrochen ist, dass kaum noch nicht mehr viele spielen. Äh, wie viele, weiß ich aber natürlich nicht, ne? Ja. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Man könnte natürlich gucken, aber... Es ist natürlich nicht mehr so angesagt, wie es mal war. Es ist relativ schnell irgendwie wohl abgestorben. Dadurch soll jetzt das Problem sein, wenn man Dungeons betritt, dass man kaum Gruppen findet. Oder die Gruppen, die da sind, eigentlich nur die ganz hohen Innis machen. Also die ganz hohen Dungeons, weil die ja nicht mehr in den kleinen Kram reingehen, ne? Ja. Das, wenn wir erst später sehen, dann... ...wurzeln wir noch nicht. Mhm. Ja, das ist... Ja. Also ich bin schon auf dem Weg, äh... Ja, diese Straße, wo ich da was aktivieren muss. Mhm. Oder müsste es ja gleich hier sein, ne? Ja, das Gute ist, dass man ja wenigstens diese ganzen, äh, Zwischenfilme überspringen kann, wenn man die schon gesehen hat. Ja, ja. Ja, ich hab grad, ähm, zum Beispiel... ...hier gibt so was wie einsaugen. Du kannst eine Beute einsaugen, wenn du v-drückst. Ah ja, das hab ich ja gesehen. Ja. Ansonsten find ich's ganz unterhaltsam, so quietschbunt. Die Grafik ist okay. Gut, die ist bei mir nicht ultrahoch eingestellt. Aha. Aber ich schwimm grad ein bisschen, das sieht auch witzig aus. Wie so'n, 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 äh, Meerschlange, so'ne Seeschlange, das schwimmt ja. Ah. Und, ähm... Was fehlt denn da? Diese Portale da, die, die zeigen, werden nämlich gezeigt, jetzt weiß ich meine, wo man hochspringen muss. Ach so. Du musst doch die Quest abschließen noch. Nein, ich muss zurück. Nee, drückt auf 10, dann kann sie doch dort abschließen. Echt? Nee, ich bin hier. Hat's geklappt? Hm? Siehste, was ich mir alles merke in so kurzer Zeit. Hm? Die Musik ist auch ein bisschen nervig, weil sie sich wiederholt im Moment. Ja. Und selbst bei Lautstärke auf 20, also, ich will sie ja schon ein bisschen im Hintergrund dudeln haben, aber irgendwie ist sie immer noch relativ laut, so, ne? So, dauerhaft. Ich weiß sicher, ich hab Kampflok an. Wäre auch nicht schlecht. So, ich schätze mal so ungefähr 5 Minuten, wüsste wahrscheinlich hier sein. Ja, ich bin jetzt bei diesem Gegner. Hm. Hm. Dann kenne ich mir mal einen Schuppen nach Rallwasser. Ja. Könnte es dir und hast es verdient. Ja. Du hast schon viel gequasselt heute und keiner hat zu gehört, ne? Also du. Hm. Ja, ne? Ja. So, ne, ich muss ja noch erstmal die Inselwellen in Wunder. Ja. Du musst erstmal die Alte wieder und dann kommt sie auf das Schiff und dann musst du mit dem Kanzler ansprechen. Kanzler war das, ne? Ja, ja, hm. Ja, das geht aber relativ schnell, ne? Musst du die Inselwellen. Jetzt guck mir grad den Wassereffekt hier auch Mittel an. Das geht einfach. Ja, zu viel kann man ja noch nicht dazu sagen. Wir haben ja noch nicht wirklich viel gespielt hier, ne? Ne, ne. Äh, das ist ein Becken, ne? Das ist ein Tutorial gemacht. Hm. Kommt übrigens aus dem griechischen, weil sie dich unterst. Von Tutor, Lehrer. Ach so. Hm. Das kann man ausschalten, oder? Und die Gegner sind damals noch im Kriegsgewand. Oder griechisch? Griechisch oder lateinisch, ich will nicht an zu viel, äh, nichts falsch sagen, aber das kommt jedenfalls auch, das bedeutet Lehrer. Hm. Jetzt hab ich grad einen gesehen, der war wohl, ähm, wie heißt die Schurke? Du was? Wie ist denn das? Für den Platz ist er verschwunden. Da ist jetzt wieder... Das ist das Roboter, meinst du? Jetzt, wir sind jetzt schon wieder. Ne, so krasse hier. Wie ist denn das? Meuchler? Meuchler, ja. Ja. Ich bin ich auf so einer Maschine, die sieht aus wie so eine Mollwurfsmaschine wie, äh, im BOW die Dinger von den Zwergen ein bisschen. Hm. Da gab's auch einen Vergleich irgendwo, was lohnt sich mehr zu spielen, BOW oder Wildstar. Hab ich aber nicht gelesen, aber es gibt schon, ja, so ein bisschen Ähnlichkeiten. Ja gut, das ist halt so ein Fantasy-MM-Buch, ne? Mhm. Und natürlich, ich mein, das ist, ich weiß nicht genau, wann das angefangen wurde, hier zu, zu, wann die das angefangen haben zu programmieren, zu erstellen, aber, ähm, wenn das 2014 erschienen ist, geht mir auch noch aus, die haben 2012 oder so angefangen, ja. Mhm. Und da gab's ja BOW schon, ähm, acht Jahre. Acht Jahre, ne? Mhm. Stimmt, das gibt's jetzt zwölf Jahre. Mhm. Heilige Scheiße. Ja, da wird man natürlich so ein bisschen inspiriert, ne? Das ist natürlich der Branchenriese da, ne? Mhm. Also, das einzige Spiel, was immer noch nicht free-to-play ist. Ja. Das ist anscheinend nicht auf dem Design. Ja, das war ja wohl am Anfang free-to-play, dann hat's was gekostet und dann ist ja auch so angefangen, gibt die keine Spieler mehr. Und dann war's wieder free-to-play. Da ist ein bisschen des Gesuchs. Hm? Ach, du bist das. Hey! Wie das angezeigt wird? Und diese, wie nehmen wir? Ein Smiley. So kann ich grad so nicht sehen, weil ich hab das ziemlich weit rausgesungen. Mhm. Mhm. Äh, was ich wollte irgendwo, hab ich ne Tasche, glaub ich, bekommen. Ja. Ach, stimmt. In der Tasche ist ja Rüstung. Ja, siehste, hab ich noch gar nicht reingeguckt, war ich in der ... Ja, direkt, sag ich, machen. Vührerschein? Vührerschein? Ja. Bei mir ist gar nix drin. Also, ich hab schon, wenn du das öffnest, ist ein Rucksack. Ja, ja. Und dann musst du rechts anklicken, rechts anklicken, dann öffnest du das. Also, ich hab Rüstung drin, überhaupt. Und diesen Dino. Ich hab gar nix drin. Guck mal. Pass auf, ich hatte, als ich ... Ja, pass mal auf, als ich mich eingeloggt hatte, stand die ganze Zeit oben, Belohnung, Stufenaufstieg, und ich hab nicht draufgeklickt. Ach. Das stand aber jedes Mal, wenn ich eingeloggt habe. Mhm. So, pass auf, dann reitest du jetzt halt nicht. Bis ich das nächste Mal wieder einlogge. Okay. So. Kommen wir erstmal hier. So, haben wir jetzt alle Quests hier? Na, ich muss noch die annehmen, hier. Gute Reise. Ach, ich hab das Ding noch gar nicht bekommen, weil ich die Quests gar nicht abgegeben hatte. Jetzt hast du das, oder? Jetzt müsste ich das haben. Danke, ich bin noch zum Schluss vorbereitet, soweit hab ich was bekommen. Willkommen auf der blutroten Insel, ich werde mit dem Rucksack sprechen. So, tschakadigum. Stimmt, jetzt hab ich nen Rucksack drin. Ja. Jetzt hab ich auch irgendeinen Krempel drin, naja. Hast du die Rüstung und, äh? Proposorisches, äh, hält nur zwei Stunden, okay, gut. Ah, geil. Ihr fordert Stufe 5. So, warte mal, ähm. 105, ja, okay, kann man einfach so ausrüsten, ne? Zack, 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 zack. Weidet man jetzt die ganze Zeit auf dem Teil eures. Kann nicht warten. Ne, wie beschwürgt das denn auch hier? Recht, klicken links. Hm. Haben wir jetzt alle? Ne, hier, den einen muss ich noch. Entschuldigung, ich muss, äh, Schokolade essen. Hm. Was da so anstrengend ist, dass, äh, ich hab so lange Schokolade nicht gegessen. Was, äh, ich hab jetzt versucht zu genießen. Ja, gut, ich mach da mal so'n Skorpion hier fertig. Mhm. So, und jetzt werde ich mal, also der saugt aber schon automatisch ein, oder? Mhm. Muss man ja gar nicht draufklicken, oder? Ja, ja. Doch, jetzt hat er noch nen Beutel eingesaugt. Börse mit metallener Münzen. Mhm. Ah, äh, eh, eigentlich witzig. Hier gibt's... Ah, hier gibt's... Ah, hier muss ich was entschärfen. Ja, die müssen wir nicht schreiten. Weck da. Hm. in in wir scheiß nicht so in dem Sinne zu geben er kommt mir so vor und ich frage mich auch wer lootet denn hier zuerst und schädig beute gehört hier sagt sie und so geht es so weiter wenn du ein schaffst oder wenn du ein schaffst oder wenn du ein schaffst du weiß ich nicht muss in den Questlob da gucken ich lass mir den jetzt erst mal angezeigt rechts hier hier wird zum Beispiel keine Beute jetzt für mich hier kommt was auch ich hätte ich entschärfe jetzt mal noch so ein Ding und hier für mich der Verbanden steht bei mir 66 Prozent m so wo man auch hier so eine die hier bei mir bei 83 Prozent ja bei mir auch sie zu agoniert da war es so gut und würde so gut bist du zu agonieren so ein solches gab er ist der Klopfer auf so Minen haben wir wohl das neue im jubb prässt soll sich mein Schlag verwendet und wollte ein Sorgen gut es ist so die ganze Zeit abgeben die Quest dann erscheint über diese kleine Zehne und die Waffe an mal was Supergreifer Karten der Stil Entschuldigung, ich muss mal den Stecker ziehen, ich schalte die Regulation Regulatoren aus Okay, es habe ich lauter Krempel hier drin, was ist das denn? Börsemetall in der Münzen, Schatz Kann ich nicht benutzen, das ist Müll Ach, die Tasche Mann, doch Plätze für die Tasche Ich habe das jetzt mit diesem Das ist nicht mehr zu tun Was meinst du mit Plätze für die Tasche, verstehe ich mir Das Gegenstand kann nicht gelöst werden Ich weiß nicht, das sind so Auf der rechten und nebten Seite Plätze, siehst du die? Naja Wofür ist das, ist das nicht Naja Ausgerüstete Taschen, da kannst du wohl noch Taschenplätze dazukaufen Oder dazu bekommen Also wenn du Brauchen wir nicht Ähm So viele Pflanzen, so wenig Zeit Warte mal Wo müssen wir jetzt hin? Irgendwo nach oben da? Was sind das hier? Quest NSC Soldatin Irgendwer Gibt die auch noch was hier? Oder gibt die auch noch was? Da, die gibt auch noch ne Quest Ist das okay? Oh Oh, alles klar Oh, alles klar Ist hier, was ist denn das hier? Guck, achso, Smiley, guck mit die Kasapraz, alles klar Ja, sag ich doch Hier sind die ganzen Stürmer So, guck ich mal auf den kleinen Pfeil da Das muss irgendwo hier nach oben sein, also Ach, du bist ja schon am Rennen Ja Lichter sehen Was für ne Quest hast du denn? Geschichte des Gebietes Okay Ähm, nicht wichtig Stellungskampf Hab ich jetzt hier, verfügbare Mission Okay Was soll ich jetzt hier machen? Klicken bitte Zielanzeige, äh Ich hoffe, du bist für ein bisschen Mord und Totschlag, ähm, freigeschaltet Okay, die Tolle öffnen Ähm Ähm Infokron Okay Ich stimme Okay, jetzt sollen wir hier wieder irgendwas machen So, diese Megatron-Dinger hier kaputt machen wir Und ich muss das zu gehen, dann Ich will Okay, einen habe ich zu hauen hier Hier muss ich, glaube ich, irgendwas Auseinander nehmen Und einen Soldaten retten, okay Stellungskampf Oh shit Hallo Ja, wo bist du? Ja, hier oben Mit Gegners Drei Stück Oh, hinter dir kommt einer Achso, das ist so wie Verteidigen Da muss man auch passen, glaube ich Die Schlacht ist noch nicht Oh Oh Achso, Ziel anwechseln, also anvisieren oder wechseln ist hier wie, wie Wiener Ähm, ja, ja Oh, Alter, was soll er denn? Die größere Gegner, denk dran Je größere Gegner, desto größer die Leiche Die größere Gegner ist so gut, Hedy Die größere Gegner, desto größer die Leiche Wie größere Gegner ist so gut, Hedy Wie größere Gegner, ist so gut, Hedy Darf's ruhig schießen, das ist okay Ja, ich schieße Die würde der Titel Rekrut verliehen Bitte, mach doch Wieso kann ich das nicht annehmen? Du musst ranspringen Ach so Das ist keine Quest, sondern das zeigt dir an, dass es zur Quest gehört Diese Ausrufsverzeichnung So, also ein Soldat ist frei Wir müssen also noch so eine Roboter hier wegballern Okay, der ist auch weg Ein paar müssen wir noch Hier guckt, einfach nur gegenspringen Oh, schon ist er frei Ach so So, jetzt den noch So, hier drin müssen wir auch noch was machen Hier sind ohnehin noch Roboter Die Beute gehört hier einsaugen Sonst muss ich an diese Terminal irgendwie Abschalten Ah, stimmt Wir müssen die Terminals auch wegmachen Du hast was? Du hast einen Barb erhalten Alles das Jetzt habe ich hier einen Belohnungsstufenaufstieg Ja, da könnte ich aber nichts Nichts machen So, ein Barb erhalten ist aus Veränderung Blablabla, ja, ja, ja So, Belohnungsstufenaufstieg Glückwunsch Da ist du, äh, Holo-Kleiderschrank Stufenaufstieg, äh Neuer Titel, Recruit Okay, besten Dank Zusätzliche Lebenspunkte aufhebbar 17 Minuten Okay Zu den Scheiß hier So, jetzt müssen wir nur die Regulatoren hier abschalten Das sind diese großen Dinge Die Achso Aber schadet ja nicht, wenn man nebenbei noch den Entglockt hat, das recht Ja, ich mach das Piu, piu, piu Ah Slay the Nazarene Oh, meine Beute Meine auch So, jetzt 10 Du hast etwas hier, Mondo Ah, das ist cool, das muss ich jetzt wohl laufen müssen, ne? Ne, irgendwann muss man schon wieder hin, denke ich mal, aber So, wir müssen noch einen Regulator abschalten Hm Wenn ich drin, eben als ein 3 Wenn ich die 2 von 3 Mal aufmauten hier Mal aufmauten hier Ich muss noch 2 Jahren Ja, wir müssen ja eh noch gucken, wo die sind Ja, hier ist noch einer Bist du? Bist du? Oh, so Also bin ich jetzt Komm, Video Wie? Die Team Explodiert hier irgendwas gleich, wo? Die Satelliten Schüssel ist kaputt Scheiße Ich muss ja noch einen Regulatoren Ja, tschüss Tschüss Tschüss, das ist immer so mit dir, ne? Ich gebe jetzt hier eine Christen, hier kann ich eine abgeben und Bei der anderen muss ich eh eh wieder nach vorne oder müssen wir nach vorne Helm des Loyalisten bekommen Und eine neue Christen So, ist das Filmchen wichtig oder? Ne Aus So, warte mal, ich habe jetzt irgendwie, äh, was habe ich jetzt bekommen, Helm des Loyalisten So, jetzt müssen wir wieder zum Mondo Warte mal, hier oben ist noch was Hallo, Smiley Ja, warte Ja, was ist? Und hier ist irgendwie eine Queste oder so, hier, um zum Gammelhaufen, was ist das denn? Rühnsteinkern hier, Raum-Anomalie, ich untersuche die Anomalie Drücke einmal leer, das da Und dann irgendwas mal drückwärts springen Folge der Raum-Anomalie Folge der Raum-Anomalie Folge der Raum-Anomalie Ja, die Getrag kaufen, hm Ja, wo ist hier in dieser Anomalie hin? 150 Meter Da oben, hier Da oben, hier Ich leuchte das, ihr leuchtet was Gut, einer hat so ein Hoverboard Guck mal Ey, ich komme mir gar nicht durch Oder doch hier rein, irgendwie Hier ist irgendwas Hier rein, oder was? Wo bist du denn jetzt da? Schnäppchenjäger Schnäppchenjäger unbekannt, oder? Ja, du, du läufst so schnell weg? Ich lauf ganz normal Ich weiß nicht mehr mehr, wo du jetzt bist Energie entfesselt was? Ach, du bist also da drin, dann sag es doch Wo drin? In der Höhle Ich bin in keiner Höhle Ich bin in keiner Höhle Du bist in keiner Höhle Da gibt's keine Höhle Bist du nach oben zu eins, oder was? Ich frage mir nicht, wo du bist Ich hab da Kommt zurück Mein Gott, guck auf die Karte, ich sehe, dann kommt das Smiley-Bilder Bis jetzt nicht das Hier ist erstmal eins Mit Mondo quatschen, mit erstmal der Mondo So, Kampf mit Rundrückgewinnung Wir irgendeinen Krampel einsammeln Und der Raum-Animalie folgen, das Ja, man kann hier oben irgendwie rein Hier, siehst du das? Ja, aber ich kriege ständig irgendwas in meinen Taschen Und wenn du wegrennst, dann kann ich nicht gucken, was ich in der Tasche haben Da sind noch zwei Häckchen, da muss man auch irgendwas machen Ja, echt? Es geht mir an, zu schnell, du musst ein bisschen lockerer sein Ich bin Highspeed-Gamer, mein Gott, ja, das ist ein Quest Sooo, noch eine Quest annehmen Hä? Runenrezeptur, brutale Runenschultern Ja, dann besteht ja keiner was davor Uh, wo ist das denn? Vorsicht Ich fürchte, das war nur der erste Schritt Was ist das denn jetzt? Anhänger lebend wurde, einfach Wie kann ich mein Charakterfenster sehen? Warte mal Charakter-P Oh So, habe ich schon Anhänger Energie schön So, jetzt lass mich mal in meine Tasche, ne? Nein, 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 nein Handte, der gefolgt hat, sieben Angriffe hat und das sind halt Ah, und gerade Wohnschultern. Natürlich besser. Zeichen der Logik. Das ist ja was für das. Ist das eine Anspielung oder was? Nexprozit Entenmessern des Kloppers. Entenmessern. Ich hab hier so einen Anhänger, aber ich weiß nicht wo der hin soll. Und entschuldig. Implantatplatz, das ist ja interessant. Das ist meine Waffe. Panzerschule. Ja, irgendwie kommt der Anhänger wohl. Oh, Titel ändern. Ich hab Bock mehr hier, ein Schnäppchen näher zu reißen. Na. Mhm.